Jo, hi Leute, das hier ist ein kleines Infovideo, also wenn ihr Bock habt reinzukommen, kommt gerne in Retro-Gang Amino, damit ihr mal wisst wie er aussieht, das hier ist er, Retro-Gang, da werde ich euch jeden Tag ein bisschen vielleicht was posten, ihr könnt mir auch vielleicht ein paar Vorschläge machen, ähm, ja, es ist halt, den, Retro-Gang gibt's halt, damit Leute, wo sich halt für meinen Kanal interessieren, immer auf Updates bekommen, was so an dem Tag vor ist, und Retro-Gang, ey, was zum Fick, das gibt's immer noch, willst du mich verarschen, das gibt's immer noch, What the fack, okay, auf jeden Fall, ja, hier seht ihr, wenn übrigens YouTuber finden, lustige Sache zu diesem Amino, ich will euch ein paar Sachen mitteilen, ähm, das hier wird nur noch zum Spam benutzt, Wir sind findreich, Leute, also falls ihr auch da Bock habt, könnt ihr auch gerne reinkommen, und damit wär's für jetzt, ich werde uns noch irgendwas spielen heute Abend, keine Ahnung was, geht's rein!